Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Letztest von mir, Quo, und zwar an Turnit. Hm, mal gucken. Ich geh mal auf Play. Ich mach einen Singleplayer natürlich. Aber was haben wir denn hier schönes? Ich mach mal auf Easy. Ich mach mal auf Easy. Play. Also, ich weiß nicht, worum es geht. Fängt ja schon mal gut an. Aha. Mein Kopfschlag. Da kann ich Baumwolle bauen. Ja, wollen wir mal gucken. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich will Baum fällen. Okay, Wasser, Essen. Okay. Ah, das dann. Ist das hier? Ich hoffe, ich bin nicht da. Das sieht wie ein Minecraft aus. Neben 100, Essen, 98, Wasser, 99, radioaktiv. Okay. Spring. Habt ein Inventar. Ich kann mich neigen. Hallo. Guten Tag. Okay. Oh, Control. Mal gucken. Holt, tape, riecht. Äh, 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 mhm, mhm, mhm. Habe ich hier ein überhaupt. Jumps, print. Exist. Ah, existen. Z. Oh, bei Z ist das Inventar. Mal was ganz Neues. Ich bin nackt. Gills. Karte. Okay. Aber das finde ich ja mal cool, dass wir hier mein Profilbild von Steam hier reingesetzt haben. Na, okay. Dann will ich mal gucken, was ich mal in diesem Spiel erreichen kann. So, ich spiele blind. Das ist mein erstes Mal, dass ich das jetzt spiele. Und dann wollen wir mal gucken. Au, au, au. Oh. Okay. Jetzt habe ich meine Hose an. F. Jacke. F. Okay. Okay. F. Was stecke ich mir da die ganze Zeit ein hier? Ja, mal gucken. Jacke. Hose. Okay. Ah, ja. Aha. Aha. Okay. Sieht irgendwie komisch aus, muss ich ehrlich mal sagen. Jetzt habe ich noch was zum zuhauen. Hä? Ja, okay. Jetzt nichts drin. Okay. Hier warten zwei. Irgendwelche komischen. Ich denke mal, das sollen Zombies darstellen. Oh, das ist ja eine kleine Borde. Aber wie es aussieht. Wenn ich ein bisschen Stroh greife mich nur eins an. Da habe ich einen kleinen Vorteil. Aha. Kleidung. Du es. Okay. Ah, die Kleidung hat auch irgendwie. Geh jetzt mal hier lang. Wieder Zombies. Und noch mal was auf die Umme. Komm her, komm her. Umme. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, dass das hier drin ist. Oh, Fernglas. Bring mir mal mit. Oh, pinken Pullover. Und ein Rucksack. Ey, bis mal keule. Was ist das denn? Spaghetti, was zu essen? Wo essen? Ich müsste mal hier was essen. Ein Poncho. Oh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Okay, wer nicht. Aber hier liegt noch was. Also, die Zombie-Geräusche erinnern mich total an Minecraft. Mal gucken. Geil, Baseball. Baseball-Geule. So, was ist das? Fernglas. Ah. Ah, ja. Ich brauche eine neue Maus. Ah, sehr schön. Zombie. Koch-Zombie. Da ist der Chefkoch. Okay. Interessant. Okay. Taschenlampe. Ah. Hunger ist ja ein Maß. Ah, sehr schön. Dann lasst uns mal Baseball spielen gehen mit Zombie-Köpfen. Da ist die Post. Ich möchte den Brief abgeben. Ich möchte den Brief abgeben. Hallo. Keine da. Ah, guck mal, ob die Post zu mich hat. Mitnehmen. Mitnehmen. Also, wenn es nicht so nah gefasst ist, müssen wir mitnehmen. Was ist das denn? Okay. 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 Mhm. kann schon ein skills punkt einsetzen okay kann ich da noch was einsetzen scheint nicht so okay sieht schon ein bisschen komisch aus muss ich eigentlich mal sagen er kommt da schon auf mich so hier ich muss hier aufpassen ich brauche mal was zu trinken ich gehe mal hier rein grün gefällt sie nicht grüne scheiße nein ich auch nicht ja die nehme ich die nehme ich will ich auch anziehen hoffentlich kann ich das ich will mir die kleidung anziehen wie kann ich das kraften kann ich auch sehr schön kann hier auch kraften es ist interessant also doch ganz schön wie minecraft aufgebaut aha habe ich jetzt hier an wenn ich jetzt nicht mal jo ich habe sie an so weg weg dann behalte ich die Taschennummer auch den einen rechten kann ich wegnehmen bist du denn ach fulltrack okay dann eins zwei los geht's baseball spielen da sind zwei Scherzküche also der war jetzt mal lustig ja ich dachte alle guten Dinge sind drei aber der wollte nicht oh hat was sein lassen ey warte da ich hab durch lecker Blut riecht was riecht was riecht was riecht was nein was haben wir hier oh essen 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 oh man ey das ist schon okay nehm ich nehm ich nehm ich nehm ich nehm ich mal gucken ich hab ja Durst okay heilung essen radioaktiv und dann wollen wir weiter baseball spielen gehen la 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 ja aber das nur noch autofahren ja wie spannend aha aha also ich hab noch in Wirklichkeiten auch keinen Führerschein aber wollen wir mal jetzt mal ein bisschen autofahren das war oh oh hab ich eh 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 auch total dahin auch nicht schlecht oh 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 das ist ja nett direkt bei der Bank okay gibt's Überlebende als ich das da reingefahren habe frage ich mich wie habe ich das hingekriegt okay liebe Verbrecher ja so geht man in die Bank rein oh man ey 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 es sieht so geil aus sorry ich muss mal sagen es trennt und sieht geil aus kriegt Geld? nein was habe ich da was habe ich da was habe ich da was habe ich da oh noch was das ist Magazin wie es aussieht wie eine Waffe ich hoffe ich finde hier auch mal eine vernünftige liegt hier jemand nein ja Magazin ich werde erstmal was essen ich brauche mal was für die Heilung aber erstmal verwaffe ich mich wieder mit der Facebook-Reule oh da ist ein großes Haus und da ist ein Haus ich geh mal da rein klopp klopp jemand hier ich werde was hier mitnehmen Essen immer mitnehmen Essen Potato Kartoffel mitnehmen mitnehmen was habe ich hier denn noch ok wieder was zum anziehen und ich glaube je mehr Kleidung ich trage umso mehr ach ich nehme meinen Hammer mit das haben wir ja schon mal mal gucken ja Moskau Moskau tut 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 Jonas lololala okay ok Beargrund hier bringt mit oh Apfel Apfel zum Trinken AH Ich guck erstmal ins andere Haus. Guten Tag, Zombies. 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 Das kann ich nur mitnehmen. Und das kann ich nur mitnehmen. Und hopp, hopp, mit. Okay, nein. Golf. Ja, ich spiel mit dem Zombie-Golf. Bitte ans dritte Loch, komm. Ich will fahren. Okay, man kann da auch aufstehen. Cool. Radio. Ich mag Spanje spielen. Ist was, Doc. Mal gucken, ob ich was quarten kann. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Kleidung. Ich kann hier schon eine Leiter bauen. Garotten. Garotten-Saat. Ich kann auch typisch Minecraft-Art sehen. Ich bin hier. Close. Okay. Aber ich habe auch eine Bugs Bunny-Mane hier. Ich war stark. Ich habe auch eine Bugs Bunny-Mane hier. And also, wie ich heute studiert habe. Ich habe über die Bugs Bunny-Mane hier. Ich möchte Kupfen-Mane hier. Ich kann andere vielleicht nicht sagen, Okay, ja. Der Rucksack. Eine Mütze. Ah, nee. Ah, weg. Braucht den Platz. Das verschieben wir nach. Da und weiter geht's. Ah, da. Neulich kommt mir jetzt keine Zombies mehr. Gibt's hier noch was? Spaghetti. Oder was das sein soll. Mein Englisch ist miserable, ich sag jetzt ja. Okay. Salalalalalalalala. Ich kann mal. Also da hinten war ich. Wo ist mein kaputtes Auto? Und zack, schon nicht da. Böser Zombies. Böser Zombies. Oh Mann. Es ist, vom her, auch melodiemäßig, erinnert mich das stark an Minecraft, muss ich ehrlich sagen. Den Zombiesgeräuschen. Ich mag keine Weiße. Ich mag keine Weiße. Ich nehme auch das Wasser gerne mit. Hier noch was. Ja, ich habe jetzt eine geile Waffe, ich möchte da mitspielen. Das weg. Und das hier, das besser rein. Okay, dann wollen wir mal gucken. Möchte jemand, äh, Zombie, à la, zerstückelete, äh, ein Schub? Ich habe Medikamente gefunden. Na ja, mit dem Termin. Eindrogen. Ja, ich bin ein bisschen still jetzt hier, ne? Ich mache jetzt mal den nächsten. Zombie, Schachtschläge, à la Crow. Zombie, Schachtschläge, à la Crow, wie gesagt. Aha, die sind los mit Halbplätzen und sonstige. Zombie, 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 Zombie. Nee, komm her, komm her. Der bewegt sich ja gar nicht. Nein, dener, dener. Räder. Okay. Jetzt habe ich mich gerade wenig verjagt. Ich dachte, hier ist nichts mehr, aber nee. Wollen wir mal ein Boot fahren? Oh Mann, oh Mann. Na? Nee, da rein will ich nicht. Das ist noch einer, noch einer. Hey, wie sie rumspringen und tanzen wie eine prima Ballerina. Äh, äh, ich wusste doch, von mir sind wir noch verschwulig. Äh, ich wusste doch, von mir sind wir noch verschwulig. Jo, den will ich ja haben. Black, schwarz, immer. Schwarz geht bei mir immer. Egal in welcher Lebenslage. Okay. 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 gut hier was zu essen, die Geschäftsfachjacke voll der fette Hammer, kann ich ihn auch als Waffe einsetzen? mal gucken, Hammer, Hammer, oh Zombie klopfen also das Spiel macht ja schon leicht Laune, ob es, kann man sagen, eine Mischung aus verschiedenen billigen Abklatsch ist, Schachbrett, nicht Machmed, Schachbrett macht schon Laune, also ich will mal gucken, ich will noch mal gucken, ob ich ein Zombie erwische die Kammer, Ferngläge, na gut, ich habe es jetzt auf easy gestellt, deswegen glaube ich habe ich das bisschen leichter hier ok, gut da ist noch ein Zombie und ich werde den mal mit einem Hammer anlegen und dann werde ich so, drüben ist auch was aber man hat hier echt da ist so, drüben ist es ist schon irgendwie doch leicht makaber, muss ich mal sagen ne, geht aber naja, na gut dann werde ich hier jetzt mal aufhören nein, werde ich nicht, da ist noch einer ich mache es lieber Zombie frei und mal gucken komm her, komm her und zack, ja jetzt habe ich Zombie frei also, für ein kostenloses Game für zwischendurch immer gerne kann man das gerne mal spielen grafik ist, kann man sagen kinderbau mäßiger kinderbaustein mäßig und naja Töne und so sind vom Minecraft geklaut also anders kann ich mich nicht erklären na gut dann sage ich Tschüss Leute bis die Tage und danke fürs Zuschauen wie ihr wisst hinterlasst mir einen Daumen hoch schreibt einen Kommentar schreibt Kritiken wenn ihr sagt äh das war nicht so gut naja na gut dann wünsche ich euch Quatsch Ciao